Autofahren ist Nervensache. Lenken, Schalten, Kuppeln, Gas geben, Bremsen. Tausend Dinge muss man mit schlafwandlerischer Sicherheit beherrschen, will man nicht sein teures Automobil zu Schrott fahren. Für den Anfänger ist es besonders schwer, sich die zum Fahren erforderliche Nervenstärke und Routine zu verschaffen. Hier aber kann er es mit Leichtigkeit, und zwar im 30-Kilometer-Tempo. Es ist dies ein neues Verkehrsübungsgelände, eingerichtet auf der ehemaligen Steinhalde einer Gelsenkirchener Zechengesellschaft. Für einen Eintrittspreis von 4 Mark kann der übungswillige Kraftfahrer eine Stunde lang all die Dinge vollführen, für die es auf den Straßen Strafmandate geben würde. Aber es wird sich hier eher darum handeln, diese Dinge vermeiden zu lernen. Das Gelände ist 32.000 Quadratmeter groß und bietet eine 2,6 Kilometer lange führerscheinfreie Strecke. Verkehrsschilder säumen hier ebenso den Weg wie an normalen Verkehrsstraßen. Sie schaffen auch hier all die Situationen, wie sie der heutige Straßenverkehr mit sich bringt. Das Gelände gibt dem Fahrer die Möglichkeit, seine Reaktionen, sein Verhalten am Steuer selbst zu kontrollieren. Das vom Anfänger besonders gefürchtete Anfahren am Berg ist hier völlig unproblematisch. Selbst wenn der Wagen dabei rückwärts rollt. Passieren kann hier nichts. Gummibäume am Wege sind zwar nicht für die Kotflügel der Übungsfahrzeuge bestimmt, aber die Polizei schmunzelt dazu. Sie gibt hier gute Ratschläge und keine Verwarnungen oder gar Strafanzeigen. Allerdings ist allen Benutzern dieses Geländes zu raten, das vorgeschriebene Höchstempo einzuhalten. Zumal die harte Arbeit mit einem störrischen Auto den Neuling gerade genug zu schaffen macht. Die Gewissheit auf dem Übungsplatz versichert zu sein, ist zwar beruhigend, aber nicht so nervositätsmildern, dass nun auch alles wie am Schnürchen klappt. Doch wir wissen es ja, aller Anfang ist schwer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017